Und you don't look so good Ha baby, sind I nie lately, und du musst bomb, aber they treten, sanat von drohentum und nun mo koni niete Servus Jungs Razors, back am Starti für euch Und willkommen zu einer weiteren Folge von Random Class Heute, da jetzt ja Advanced Warfare draußen uns hier keine Klasse von Advanced Warfare in die Kommentare geschrieben hat Das ist ja logisch, hab ich jetzt einfach mal selber eine gemacht, die richtig scheiße ist Tag 19, ne Pumpguns, Dinger M7, extra Übertaktung, Betäubung, Festfahrrad und nur ein Perk und dann so zwei hässliche Abschlussserien Ich hab meinen ganz, ganz alten Account ausgepackt, XX Razors Player Ich hab jetzt hier auch ein neues Mikrofon, so ein Logitech Teil, den Smokster von Killer Chris bekommen, also GraphX Design Auf jeden Fall Dankeschön an dich, Digga Und jetzt suchen wir mal ne Runde Team Deathmatch und wir sehen uns So Jungs, Alter, ne Lobby gefunden, boah, ich weiß gar nicht wie die Map heißt hier Doch, das ist diese... Ah, ich komm nicht auf den Namen, Alter Ist egal Auf jeden Fall ist die komisch Aber genau, Green Band, Green Band heißt die Map, Alter Ist mir jetzt wieder eingefallen Aber die Map tut mir keinen Gefallen Ohhhh Damn Gegeben Warte 37, 36, 35 Ich bin behindert, weil ich grad am synchronisieren bin, kann ich den Gegner nicht direkt hin... Oh mein Gott Nein, nein, nein Gegner Ich wollte, dass du am Leben bleibst Aber nein Du stirbst Ey, ich find keine Gegner Wo sind die Gegners... da ist ein Gegner So, nein So, den hab ich mir gerückt Oh, das war ein Teammate Habe ich Angst bekommen, Alter Oh mein Gott Ähm Wow Nein Razer, verpiss dich, verpiss dich Ah Ich kann den nicht holen Ist er immer noch da Nein Oh mein Gott Ich glaub die Runde könnte sogar gut werden Ja, okay, was heißt gut oder so Random Class G G Zumindest So, den geholt Jetzt nachladen Und Abgehen Ähm Gehen wir mal hier nach rechts Durch Geben dem erstmal die Dicke Ghetto Fist, Alter Und was jumpst du da oben so rum? Ich weiß nicht, wer ich nicht mit zuerst holen soll Wo ist der hingerannt? Weg Temposchub, aber... Okay Nice Ja Ja Guck mal Die ganze... Blut runzt ich sogar mit... Scheiß Tag 19 Guck mal die ganze Zeit Zwei Gegner schlucken einen Schuss Dann Der dritte Was dann ein... Kefid geworden wäre Schluckt dann natürlich mal wieder Mehr als einen Schuss Das war aber jetzt ein geiler Kefid Ab Warte Wo ist der? Wo ist der? So, Junge Zahltag Warte Warte Ja Er schluckt mehr... Drei Schüsse hätte er geschluckt Drei Schüsse Diese Hitbox und Connection in diesem Game Die muss auf jeden Fall noch gepatcht werden, man Das ist so belastend Teilweise Egal So Hierher Ich glaube der Spawn ist geklippt Spawn auf jeden Fall auf der linken Seite Temposchub Mein Gott, Junge Das kann doch nicht sein Ich kann doch jetzt nicht so verkacknen Temposchub einsetzen Kommt hier rein Ey, Mann Warum schlucken sie denn jetzt? Die ganze Zeit sind die One-Shot down gegangen Und jetzt Auf einmal schlucken sie So, siehst du Der geht auch One-Shot down Der schluckt natürlich wieder Mein Gott, Alter Und der geht auf so eine relativ hohe Range geht der One-Shot down Da kommt natürlich auch wieder ein Teammate von ihm und holt mich sofort Logisch Ey, mein Gott, Mann Jetzt kriegen wir so hart auf den Sack Meine Teammates machen nichts Die sind Hurensöhne Das kann doch nicht wahr sein, Alter So, du bist down Da ist ein Gegner Den holen wir uns auch Oder er holt uns Er holt mich Natürlich Weil er mal wieder aus einem Meter Entfernung Die scheiß Tag 19 schluckt Juckt ihn nicht, Alter Juckt ihn nicht, Mann Kann doch nicht sein, Junge Ey, ich fall von der Map, Mann Das hat so gut angefangen, Alter Teilweise schöne Feeds dabei gehabt und dann geht das so, Alter So, dich holen wir aus der Luft weg Weil du dich unsichtbar machen willst, Mann Bringt die aber nichts Nichts bei Razor, Alter So Keine Chance, Alter Kommt da hoch, gib mir die Ghetto Fist, Alter Die ich dem auch gerade gegeben habe Habt er mich gesehen? Jetzt zieht er mich Jetzt sieht er mich I don't know what to do Get to fist Bam, Digga Jetzt Gehts Wieder Einigermaßen Fuck, das ist doch einer Wo hin? Digga Blutrins dich wieder Blutrins dich wieder Blutrins dich wieder Ich habe das Ferneck geschützt, den snag ich mir von hinten hin, der mich jetzt hier nicht holt, aber er holt mich, aber er holt mich, ah nein, 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 das will ich gar nicht tun, ich will das hier aufstellen, aber ich muss das glaube ich selber steuern, oder? Ah, ich fall schon wieder von der Map, man, das passiert mir jedes Mal bei dieser scheiß Map, aber komm jetzt, Team, gewinn wenigstens noch, Alter. Jawoll, Alter, wir haben sogar noch gewonnen, ich glaube, mein Score war nicht ganz so krass, aber da waren ein paar gute Stellen dabei, und für die Waffe geht das eigentlich auf jeden Fall klar, 24, 15, paar, zwei Tote gehen natürlich auf meine Kappe, weil ich natürlich mal wieder von der Map fallen muss, aber, wenn es euch gefallen, Jungs, dann lasst eine positive Bewertung wieder, und haut rein, Jungs! Growing。 Fahrt. Und. Stay daqui gleich. Alles. 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 Allne kannst. Vielen Dank.